Die kosmische Hintergrundstrahlung. Was ist das eigentlich? Wir müssten sie eigentlich alle kennen. Sie begleitet uns unser Leben lang schon. Denn diese Strahlung ist eigentlich da. Seit dem Beginn des Universums. Seit dem Urknall. Wie kommt man denn darauf auf diese Strahlung? Die Arbeiten des amerikanischen Astronomen Edwin Hubble, den ich euch im letzten Video genauer vorgestellt habe, haben ja bewiesen, dass das Universum eben expandiert. Er hat die Fluchtgeschwindigkeit von Galaxien vermessen und hat so erkannt, dass je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist, desto schneller bewegt sie sich von uns fort. Das Universum expandiert also. Und in den Jahren nach dieser Theorie von Hubble wurde das Urknallmodell immer mehr definiert, immer genauer untersucht. Und so erkannte man, dass es stimmen muss. 1947 war es soweit. Der britische Astronom und Mathematiker Fred Hoyle hat den Begriff Urknall genau definiert und erklärt, heute weiß man, dass das Universum groß und kühl ist. Sich ausgedehnt hat es. Dem Beobachten zufolge, es ist expandiert. Und vor langer Zeit muss es demnach mal sehr klein, kompakt und deswegen aber auch sehr heiß gewesen sein. Denn diese ganze Hitze hat sich nur auf diese Position beschränkt, weil es ja nicht mehr gab. Beim Urknall, also dem Beginn von Raum und Zeit. Wir kennen Raum und Zeit aus der Relativitätstheorie Einsteins. Das heißt, dass es da ein gewisses Kontinuum zwischen diesen beiden Begriffen gibt. Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht also um den Urknall. Damals war also die Energiedichte so groß, dass es nicht einmal Atomkernen gab. Die Bausteine dafür, die wir kennen, Proton, Neutron, Elektron in der Hülle, bewegten sich also noch frei umher. Nach einer kurzen Zeitspanne, wir wissen heute, dass es wenige Minuten waren, haben sich also in diesem expandierenden und noch kühlenden Universum die leichtesten Atomkerne gebildet, die wir kennen. Und das ist Wasserstoff und Helium. Genau. Es haben sich auch kleine Mengen an Rohr, Beryllium und Lithium angeeignet, aber das nur wirklich sehr gering. Es ging also wirklich um Wasserstoff und Helium. Denn wir wissen, Wasserstoff, ein Proton, Helium, zwei Protonen. Das heißt, in diesem sehr heißen Gas, was da also entstand, waren alle Atome ionisiert. Die normalerweise an einem atomgebundenen Elektronen sind losgelöst und schwirren noch durch den leeren Raum herum. Also wie auch die entstandenen Ionen. Beim weiteren Abkühlen dieses expandierenden Universums konnten dann die Atomkerne allmählich freie Elektronen einfangen. Und das war noch im zunächst noch dichten und heißen Gas des noch ganz, ganz jungen Universums. Und diese vorhandene intensive Strahlung, die Elektronen, wurden so durch diese Strahlung wieder schnell abgelöst. Denn es war dieses ständige Wechselspiel. Einfang eines Elektrons, lösen durch ein Photon. Das Photon ist also dieses Wechselwirkungsteilchen. So wird es auch oft genannt. Wenn man jetzt aber mal nachdenkt, ist dieses Strahlungsfeld, was da entstand, sowohl räumlich homogen als auch homogen im Sinne der Wellenlänge. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Ich kann es trotzdem kurz erklären, das ist aber wirklich nicht wichtig. Dieses Strahlungsfeld, was da eben entsteht, hatte immer die gleiche spektrale Form. Aber das Strahlungsmaximum liegt bei einer mit der Temperatur korrelierten Wellenlänge. Das heißt, je kühler das Material, bei desto längeren Wellenlängen liegt das Strahlungsmaximum. Also das, wie viel da wirklich abgescheint wird, das Maximum dieser Strahlung. Und über diese Eigenschaften der Strahlung in Verbindung mit den Eigenschaften des jungen, frühen Universums haben damals nur Theoretiker nachgedacht. Auch heute ist es noch sehr kompliziert, wie ihr es wahrscheinlich verstanden habt. Ist das ganz schwierig zu verstehen. So haben auch Forscher damals an einer gewissen Universität in New Jersey untersucht, es war Anfang der 1860er Jahre, haben den Himmel im Radiobereich untersucht. Und dabei stießen sie auf ein ganz störendes Hintergrundrauschen. Aber sie haben überlegt, was kann das sein, denn es schien eigentlich keine Ursache dafür zu geben. Doch diese unerklärte, schwache Strahlung kam aus allen Himmelsrichtungen. Man konnte also nicht deuten, kommt sie aus dem Norden, wo kommt sie her. Doch die hatte eine Strahlungstemperatur von rund 3 Grad Kelvin. Das sind circa minus 270 Grad Celsius. Und Kosmologen wussten eigentlich das Phänomen dieser Strahlung sofort zu deuten. Man hatte das heruntergekühlte Strahlungsfeld des Urknalls entdeckt. Die kosmische Hintergrundstrahlung. Und so wurde sogar im Jahr 1978 den Forschern, Arno Pfenzias und Robert Wilson, von den Bell Laboratories für ihre Entdeckung des Mikrowellenstrahlungshintergrunds, der Nobelpreis für Physik verliehen. Also für genau diese Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung, für dieses heruntergekühlte Strahlungsfeld, für diese Entdeckung wurde der Nobelpreis sogar verliehen. Und kurz nach der Entdeckung der Hintergrundstrahlung, nach der Cosmic Microwave Background, wird sie im Englischen oft genannt, konnten Wissenschaftler bereits verschiedene Messungen daran durchführen. So stellte sich heraus, dass die Homogenität, also die Einheit über dem Himmel, nicht wirklich einheitlich, also nicht wirklich homogen war. Der kalte Staub, der zwischen den Sternen der Bildstraße existiert und der vorwiegend bei ferninfraroten Wellenlängen, hier kennt ihr die Infrarotstrahlung, also dieser Staub, der bei ferninfraroten Wellenlängen strahlt, trägt zum Beispiel auch ein wenig, ganz gering, zum Wellenlängenbereich dieses kosmischen Hintergrundstrahlungssignals bei. Aber dieser Effekt lässt sich allerdings nur in Himmelsbereichen beobachten, in denen sehr viel Staub vorhanden ist. Etwa in Richtung der galaktischen Scheibe, also sagen wir, zwischen den Sternen in der Bildstraße, aber auch nur an bestimmten Positionen. Was jetzt wirklich wichtig ist, es gibt diese kosmische Hintergrundstrahlung und sie wurde auch bewiesen. Und man weiß, wie ihr jetzt sicher auch erkannt habt, woher diese Strahlung kommt, was es eigentlich ist und wie diese Strahlung den Urknall sogar beweisen kann. Bis zum nächsten Mal.